Nummer, die wirklich jeder kennt, jedes Kind. Wir haben heute ja auch unterschiedlichste Altersgruppen auf dem Platz. Wir finden das gut, wenn auch die ganz Kleinen schon mit dabei sind. Denn das ist die beste Abhärterung gegen Bushido und Sido. Wenn man sich mal Musik aus den 50s anhört. Das ist frühkindliche musikalische Bildung. Wir machen das auch in unserer Freizeit, wenn wir keine Konzerte haben. Fahren mit unserem Bandbus vor Kitas. Lassen uns unsere CDs voll Last laufen bei geöffneten Türen. Bis die kleinen beiden. Da müssen sie durch. So, auf jeden Fall werden wir jetzt einen Mainstream-Song für euch spielen. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Und es wäre schön, wenn ihr mitsingt. Vor allem die Frauen. Wo sind die Frauen? Ja, schreit wieder morgens vom Feinsten. Also jetzt bitte schön hoch mitsingt. Es muss nicht sauber sein. Hauptsache laut. Ein Song von einer Band, das waren auch nur Mädels. Eine Gesamtsgruppe, die Cordets. Die sind nicht mal ganz so knackig. Die müssen jetzt so 85 sein. Auf jeden Fall hatten wir einen riesengroßen Hit. Den kennt ihr alle. Also wer will, macht mit. Lollipop. Lollipop, Lollipop. 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 Musik Musik Musik